Taboosh, Muchachos! Herzlich Willkommen zurück von SuperSarSexy, dass ihr da reinstellt habt bei den Loser aus Rainbow Six Siege, rankt auf Bank unterwegs, eure Nüsse zu sein, gekrauelt, heute mal ganz weich und vorsichtig ein wenig umschmeicheln eure Nüsse. Wir zocken zusammen mit Mabossa und Nugget Halli, hallo! Hade, Toyota Mitsubishi, Tamagotchi! Mitsubishi umschmeichelte Nüsse! Was? Mitsubishi umschmeichelte Nüsse? Oder Basabi umschmeichelte Nüsse. Oh, das wäre natürlich lustig, weil das Schafen und so. Wie fühlt sich wohl Wasabi an den Nüssen an? Ich glaube, ganz ehrlich, Wasabi an den Nüssen oder selbst auf der Eichel ist nicht so stark, weil das ja so ein Ding ist, was nasal, glaube ich, nur wirkt. Es brennt ja auch nicht im Mund. Ja, es brennt halt auf Scheimholfen. Oh, stimmt, kann natürlich auch sein. Rammfeuer! Also, wenn ihr euch nicht mehr rasieren wollt, dann nehmt einfach eine Tube Wasabi auf einen Schlang, es brennt alles weg. Oh, ja. Oh, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja! Aber man kennt ja wirklich, karpel Soße, kennt man ja, wie das bürgt. Wasabi auf dem Schlang heute, ich glaube, da müssen wir mal eine Challenge kommen. Deko, hast du Bock darauf? Willst du an deinen Arsch noch ein bisschen Wasabi haben? Also Männer grabschen sich ja öfter mal an die Eier und wenn man gerade mal eine scharfe Soße gegessen hat, dann kann das auch mal in den Eiern brennen, deswegen leider kenne ich diese Art von Schmerz. Aber wie soll das bitte bei Wasabi sich das anfühlen, Alter? Äh, die Dropper müssen hier noch... Hä? Das Ding ist aber eigentlich ist ja wasabi gar nicht so scharf. Ne eigentlich nicht. Aber ich glaube das ist so ein bisschen wie wenn du Minze an die Eier machst. Oder Brennnessel, oder Brennnessel? Moment nicht angerufen. Also ich finde Minze kennt man. Minze macht man öfter mal die Eier. Ah ok, ganz klar. Lol. Wie schaut es bei euch aus? Ich werde angerufen. Ich weiß nicht ob von der Gerage was kommt. Ne ich. Achso. Oh die kommen Südostseite durch das kleine Fenster. Aber der Vigil steht da gerade. Garage scheint nichts zu sein. Vielleicht kommen sie alle durch. Alle von der Ostseite denk ich mal. Ne, der Monty. Einen hab ich. Monty ist unten bei der Garage jetzt. Ok. Ok. Aber alleine oder was? Das Spiel verlassen. Gerade war er alleine. Kann sein dass noch jemand nachgerückt ist. Kamera ist leider down glaube ich. Rage Grid. Oh shit. Ja wo sind die denn? Oh der Vigil ist down. Oh shit. Ja die kommen jetzt. Die sind jetzt office. Oh shit. Oh fuck. Skylight oben. Sledge. Hier oben ist man auf Blackbeard. Kann mir da jemand helfen? Ne ne. Äh wo? Office. Kann aber schon bei der Treppe sein. Loll von oben. Scheiße. Oh. One is inside me. Monty is inside. In der Garage ist der Monty und Sledge war beim Job im Serverraum. Alter ich bin richtig am Arsch. Alter ich bin richtig am Arsch. Nice. Jetzt musst du zusehen dass du nach unten kommst. Drop einfach. Monty steht immer noch davor. Im Server. Äh im Büro. Das heißt wir dürfen hier oben vielleicht kommen. Deiner Tür müssen Monty sehen. Hier? Der ist nicht. Nein da war auch keiner. Lol. Ich hatte leider keine Zeit mehr. Serverraum war einer. Ich hätte das nicht ganz so schlau gemacht. Ich wurde auch von der Twitch gekillt. Aber von oben. Ich wollte zu dir kommen zum helfen. Wollte durch den Serverraum zu den Stairs laufen. Und da hat sie gerade oben den Job auch gemacht. Ah shit alter. Der Timing. Sind sie Garage? Ja ich glaube schon. Wow. Oh yeah. Oh Kavira. Leck mir meine Eier. Haben sie einen Eier? Fuck. 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 Alter. Dass sie mich nicht gesehen hat. Meine Eier sind liebkost worden. Da ist der Kassel. Da ist der Kassel. Da ist der Kassel. Lang und da rüber direkt. Ich habe gerade verkackt. Okay. Oh Kassel haben die eigentlich ganz geil für ihren Platz. Safe Counter confirmed. So. Hier wollte ich hin. Achso. Deko ist gerade in Lobby aufgeschlagen oder? Ich habe hier oben was aufgeschlagen. Ah ok. Ich dachte schon. Oh. Da ist kein Mira Shit. Ok. Dann können wir weiter machen. Könnt nichts zu sein. Oh. Da haben sie Mira. Alter. Alter Schwede. Ah. Mira Fenster Nummer 1 ist offen. Sehr schön. Oh. Barm has been working. Digga warum? Ash on your left side. Oh. Fick dich alter. Au. Da hat der Spiegel verstört. Den habe ich. Warum geht der Scheiss eigentlich nicht auf hier alter? Ich gehe kurz in die Cam. Oh. Die da ist Bargeldraum. Oh. Alter Schwede. Ey. Digga. Ich war doch. Digga. Geh doch kaputt. Du Scheisse. Unschossung. Hier zwei Leute noch ne? Wir haben noch 30 Sekunden. Ich steck mal eben. Die da ist hier ein Bargeldraum. Hinten Bargeldraum, ok. Oh mein Gott. Hier auch noch was? Da haben wir den nächsten, ok. Die müssen hier. Wo ist die Alte? Nein, hier hinten. Ich hab sie ab. Ich hab sie noch richtig hart angehittet die ganze Zeit. Marvin hat sie echt 3 mal getroffen. Oh. Shit. Als sie mich gekriegt hat, war sie schon angefragt. Also die hatte schon 40, also 4 Schüsse hat sie wahrscheinlich von mir schon direkt bekommen. HP? Alter. Aber wie soll das denn gehen? Wenn sie 4 Schüsse von dir bekommen hat, Marvin hat sie gerade 3 mal auf den Bauch getroffen. Ich weiß es nicht. Einmal hab ich sie mit der Twitch-Rode getroffen. Dann hatte ich sie das zweite Mal jetzt nochmal 2 oder 3 mal getroffen. Das sind ja mindestens 30 oder 40 HP. Dann hast du sie noch bekommen. Alter. Und dann... Alter, war das scheiße man. Shit. Das Ding ist, ich kam in den Bargeldraum, ich hab hier oben den Job aufgemacht. Beim Job aufmachen hab ich erstmal den Castle angeschossen, aber ihn nicht gekillt, was auch richtig scheiße war. Richtig behindert, Alter. Ich weiß nicht, ob der Waffe ihm nicht klarkommt. Dann jump ich runter, gehe im Bargeldraum, höre die Mira, ziel in ihre Richtung. Aber sie war gehockt und ich hab ganz genau über ihrem Kopf geguckt. Oh, Alter. Und ich habe eine Sekunde auf die Uhrzeit geguckt. Wie lange noch, oder wie viele Sekunden noch. Und dann, wo die Bombe ist, und dann hab ich erst auf Mira geguckt. Also da waren so viele ungünstige Momente. Aber ich hab dir ja zugesehen. Und ich würde sagen, du hast dir zweimal in den Bauch getroffen. Oh. Es war auf jeden Fall nicht schmutz geschossen, das muss man dazu sagen. Aber ich dachte, da war ich jetzt immer mal getroffen. Du hast auf jeden Fall... Also mindestens einmal, ich würde eher sagen, zweimal getroffen. Eieiei. Okay, ich gehe jetzt Richtung Garage. Haben die uns gerade auch letzte Runde schon nur zu vier Plattkümmer? Nee. Weil der erste Tiefverdienst ist ja gelieft in der ersten Runde, als Nagel ihn gekillt hat. Waren jetzt zweite Runde... Zweig? Nagel, ihr könnt was. Na schön. Hat er ihn? Ach so, hast du ihn gekillt. Hat da noch einer? Weiß es nicht. Da waren aber, da waren glaube ich noch welche. Dann würde ich rotieren. Ich hoffe, die kommen noch Garage. Komm, rotiert Garage. Nee, geht gerade hoch, glaube ich. Ich sehe oben gerade nichts, Diko. Doch, oben ist das. Ich höre was. Der Vigil ist da auch. Der ist aber da irgendwo. Ich rotiere jetzt. Ich rotiere. Skylight. Klapper. Junge, ein Stück zurück. Wollte ich verlasten? Oh, läuft. Nee, er ist unten. Er ist drinnen. Ich dachte, er wäre Skylight. Ja, da ist der. Erst müsst ihr gleich packen. Okay. Wuh! Alter, die ganze Zeit gechillt. Die ganze Zeit haben wir die mal in den Arsch gefickt. Aber die werden unterzutiert, muss man sagen. Ja. Ich dachte die ganze Zeit, die wäre am Skylight. Aber die ist hier oben rumgelaufen. Oh. Komplett falscher Ort, wo ich gechillt habe. Ich glaube, alle Kids zum Glück gesehen, die er so gemacht hat. Wuh! Wee! Du bist eigentlich mit meiner Drohne hier oben im CO-Office. Mache ich auch. Wird er auch aufmachen. Obwohl, ne. Ich muss großartig machen. Da ist auch schon einer CO. Da der Rupload ist hier oben. Da kannst du ja Juweliers starten, oder? Musst mal aufpassen, dass du nicht vom Fenster weggekillt wirst. Ja, Juwelier oder Saiten-Eingang. Beides eigentlich. Hä? Oder sind die oben? Sind die oben, glaube ich. Ja, ja. Scheiße. Baby, was mache ich denn mit Fuse, wenn die hier oben sind, ey? Fenster rein, ja. Juwelier Fenster einfach. Ja. Oh ja. Deko tot. Nein. Dann wollen wir mal. Geh mal hier hoch. Vielleicht kann ich das ja machen. Baby, Jesus ist geil. Ist kalt, nach unten. Wir jumpen. Ja. Digga, vor allem hier rein zu fusen. Während in der Lobby irgendwas sein kann. Da ist nichts, Deko. Hier in der Lobby ist nichts. Da musst du nicht rein fusen. Ah? Digga, wo ist denn der Video? Ich kann auf jeden Fall nichts aufstellen, gleich. Weil da alles voller Mute ist. Ich hab in den Raum reingefusen, nichts getroffen. Auch kein Mute-Gerät? Was? Ne, du hast daneben reingefusen. Das war nicht der richtige Raum. Hä? Das war nicht der richtige Raum. Du hast hier Skylight reingefusen. Hä? Ja. Du hast Skylight reingefusen, hab ich halt gesehen. Hier vier Fenster bei Skylight? Das darfst du nicht. Du musst eins rechts daneben. Das sind vier Fenster. Ich dachte, das wären jetzt zwei Fenster in Skylight. Ne. Ich dachte, die beiden... Ah, die zwei. Hier ist Wittel. Deswegen hab ich ja gesagt, dass du da nicht füsen brauchst. Als du da schon was reingehämmert hast. Achso, ich dachte, du hast mir gesagt, in Lobby ist nichts. Du musst keine Angst haben vor Lobby. Ja. Weil ich ja meinte, ich hab Angst, dass in Lobby was ist. Oh, der lässt mich echt da komplett rein füsen. Ja, niemand erwischt. Komm, du hast die Mute-Ladung. Mute-Ladung? Das ist das wichtigste. Ich hab einen Störsender zerstört. Also eine Mute-Ladung hab ich zerstört. Termite? Lass den schärfer hier liegen. Ich kann ihn, glaube ich, nicht brauchen. Ich krieg's doch nicht weg. Müsste aber, Arwin, an den Wänden gehen. Also, ich mach's gerade. Nein! Oh, ich hätte direkt schießen sollen. Reingerushed in die Mute, direkt linke Seite. Müsst ihr auch mal machen. Einfach reinrushen. Das nur geschult dann machen. Psch, 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 psch. Ab ein. Zwei Stück noch. Moment. Ich lad nach und call. F-C, psch, psch. Neben dem Mute. Es ist nicht unterliegen. Blunt, blunt, blunt. Pris, plis, 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 plis. Das Mutes ist aktiv. AAAAAH! BF-C, psch, psch. Ich verstehe. Ist er wie markiert? Mhm. Oha. Alter. Voll auf die Ecke geschossen. Schön gemacht. Hauptsache ich habe durch die Wand gesprayt, weil Nugget angerufen hatte und ich habe gehört, dass da irgendwo ein Telefon klingelt. Ich spraye durch die Wand und die war ein Hack. Ich habe ihn gefolgt, als er die Lobby stairs hochkam. Ich habe gehört, dass er die Lobby stairs hochkam. Die machen wir zu. Anstrengend, anstrengend. Gehe ich Richtung Aktenbüro. Hier war gerade ein Drohner. Da haben wir ja. Ja. Fairly good. Duhuhuh. Duhuhuh. Down to 10 seconds. 5 seconds. Hä? So, einer habe ich noch. Oho. Ich, 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 ich got cross trapped from below. Ich bin, ich glaube ich bin am Arsch. Oho. 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 ich glaube ich bin ich bin hier auf dem regal irgendwie drauf wasser schon drin ja ja wo sind die denn alter alle hierbei verletzt und eliminierung bestätigt geil da war sogar eine frost strap so war der letzte acht auch da wow digga erwartet sogar ich hätte direkt das nicht gesprayt macht ja auch keinen sinn noch zu warten wenn sie jetzt archiv sind dann ist fios echt ganz knorkel muss man sagen matchball matchball ja juwelier spawnen dann fahren wir mal nach oben oben ist nichts brauchen sie nicht nur für vip alter ich hab da ein 0 gehört ok dann werden wir jetzt mal den nächsten fenster füllen so jetzt mach ich den trick noch mal digga was die schießen da schon durch wo durch haben sie auch gemacht ja jetzt haben wir ein problem kann ich überhaupt noch was machen jetzt na logo sehen wie das geklappt hat also mir war halt einmal reingeschossen bei mir ist komplett auf mit einem ja dass damit ja ich ist und dann ist der Typ weg oder was? Wer ist Sledge eigentlich? Ey, so ein Buster. One is in Elevator. The first one. Sehr schön. Das war ein guter Call. Was? Deiner. Achso. Aber trotzdem. Haben wir? Lass ich Sledge jetzt. Oh oh. Smoke? Digga, so ein Hurensohne. Wer steht hier rechts? Ja, direkt in der Ecke. Der Smoke. Ist da noch einer drin? Wir gucken mal. Warte mal. Hinterm Schreiber. Oh! Nein, 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 nein! Ja! Ich hab ihn dir gelassen. Danke. Vorsicht, der ist dran. Oh! Vorne. Oh! Auf Mark, auf Mark, auf Mark. Ja. Kannst du... Kannst du... Achso, ja. Ich plante. Okay, plant mal. Plant it, bitch! Was machst du jetzt? Ich glaube, er ist wie eine Maus in einer Ecke. Und läuft gleich in die Falle. Ich glaube, er kommt von da. Wie eine Kackbo aus seiner Toilette. Die kommt gleich. Hallo! Hä? Loll! War mir so klar, dass er von da kommt. War so klar! Die kleine Nudel! Die kleine Nudel! Die kleine Nudel! Der kam nicht rüber, oder was? GG! Gewonnen! Gegen vier leider nur. Aber, äh, man nimmt die Geschenke an, ne? Was soll er machen? Wenn der Typ lief, dann... Äh, ist er halt ein Wichser. Können wir nicht dran ändern. Gucken wir mal. Sieh! Äh, 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 äh! Bambi, Bambi, Bambo! Bambi, blalalalala! Ein Win noch bis Platin! 5,5! 9,4% Alpha-Pack in mein Gesicht! Leider nein! Und Chargers, Leute, der gefeiert hat! Gebt einen Daumen nach oben! Schaut auch in die Beschreibung! Da fehlt dir der Link zu Nugget! Lass dein Abo da und aktiviert die Glocke! Bis zum nächsten Mal reingauen! Ciao, ciao! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!